Hallo Tech-It-Freunde, jetzt sage ich euch mal, wie die ganzen Pipes aus Buildcraft funktionieren und dazu habe ich mal diese kleine Maschine gebaut. So, ich fange auf vorne an. Hier haben wir die sogenannten Wooden Transport Pipes, das sind diese hier. Damit lassen sich Items aus Kisten oder Maschinen rauspumpen. Damit diese Pipes funktionieren, muss ein Motor angeschlossen sein. Hier gehen die Items dann in die Stone- und Cobblestone Transport Pipes. Das sind ganz normale Transportröhren und der einzige Vorteil davon ist, dass diese Röhren sich nicht zusammenschließen. Hier seht ihr jetzt eine sogenannte Iron Transport Pipe. Das sorgt dafür, dass Items nur in eine Richtung gehen können. Das lässt sich mit dem Schraubenschlüssel ändern. Ihr seht jetzt hier, drei Richtungen sind verschlossen und nur eine ist auf. Das ist sehr praktisch, um Rückstau zu vermeiden. Direkt daneben haben wir die sogenannte Gold Transport Pipe. Ihr seht, sobald ich die mit einer Redstone-Fackel oder einem Redstone-Signal aktiviere, werden alle Items, die hier durchgehen, beschleunigt. Das hier ist die Diamond Transport Pipe. Ich klicke da mal drauf. Hier könnt ihr Items reinsetzen. Und die Items werden automatisch in die richtige Richtung entsprechend der Farbe weitergeleitet. So, ich schaue uns mal die Farbe Rot an. Hier geht der Dreck rein. Hier zwischen hängt nochmal eine sogenannte Distribution Transport Pipe. Hier kann man einstellen, wie viele Items pro Farbe ausgegeben werden sollen. Jeweils fünf auf grün und fünf auf gelb. Das ist sehr praktisch zum Sortieren oder zum Dosieren gedacht. Gut, dann kommen wir jetzt etwas zu den fortgeschrittenen Sachen. Das hier sind die Teleporter Transport Pipes. Die Dinger sind ein bisschen buggy und verlieren oft ihre Frequenzen. Darum immer vorsichtig benutzen. Wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf mache, könnt ihr sehen, dass ich hier die Frequenzen einstellen kann. Und dass hier eine Pipe verbunden ist. Dieser Item ist jetzt im Sendemodus. Wenn ich jetzt die Pipe ändern will, muss ich mir die entsprechende Pipe suchen. Das ist in dem Fall nicht diese hier. Aber wenn ich die richtige Pipe gefunden habe, muss ich einfach nur hier auf Switch klicken. Und dann empfängt die Pipe die Items und gibt sie in den Kreislauf ein. So, jetzt kommen wir zur Staubsauger-Pipe. Das ist die Obsidian-Pipe. Ihr seht, hier ploppen die Items einfach ins Nichts. Aber die Obsidian-Pipe, wenn sie denn mit Engines betrieben wird, saugt diese Items sofort wieder ein. Und bringt sie in den Kreislauf zurück. Hier quasi in eine Kiste. So, hier haben wir jetzt die sogenannte Advanced Wooden Transport-Pipe. Ich mache da mal einen Rechtsklick drauf. Dann seht ihr, hier kann ich einen Filter bestimmen, welche Items hier aus der Kiste jetzt rausgesaugt werden sollen. Oben wird das Holz rausgesaugt. Und unten Glowstone und Redstone. Der Filter lässt sich auch hier umstellen, welche Items nicht rausgesaugt werden sollen. Also es lässt sich immer einstellen. So, das hier ist die sogenannte Advanced Insertion-Pipe. Die ist sehr praktisch. Alle Items gehen jetzt so lange in diese Kiste rein, bis die Kiste voll ist. Wenn die Kiste voll ist, werden die Items nicht mehr hier reingeleitet, gehen auch nicht zurück, sondern werden automatisch hier im Kreislauf weitergesetzt. Also das ist eine sehr praktische Ansache, wenn man sich sehr große Lagerhallen baut. So, ich mache die Kiste gerade mal voll, damit ihr auch die letzte Pipe bewundern könnt. So, jetzt gehen hier jeden Moment die Items weiter. Genau, so, ihr seht, das hier ist die sogenannte Redstone-Pipe. Sobald hier ein Item durchgeht, sendet sie ein Redstone-Signal aus. In diesem Fall habe ich das einfach diesen Logik-Schalter hingestellt, der sofort diese ganze Anlage deaktiviert hat. Also das ist sehr praktisch, wenn man Anlagen vor dem Überlauf schützen will. Ich habe hier auch nochmal ein kleines Gimmick gebaut. Ihr seht auch, jedes Mal, wenn hier ein Item durchgeht, gehen auch diese Lampenblöcke an. So, jetzt kommen natürlich keine Items mehr, weil die Anlage ja über den Sicherungsschalter ausgeschaltet wurde. Das ist ein kurzer Überblick über die Transporter-Pipes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Versucht mal ein bisschen selber damit rumzuspielen. Man kann echt sehr lustige Sachen damit machen. Und es sieht auch einfach toll aus, wenn durch jede Basis einfach nur Items durchfliegen. Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.